Hallo meine lieben Freunde des Geldverdienens, wir sind wieder da und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe von Geldverdienen im Internet. Heute geht es um dieses kleine Scam-Programm und zwar geht es um Loadbits. Da im Moment immer noch sehr viele glauben, dass man hier wirklich weiterkommt, möchte ich euch einfach hier mitnehmen und zwar mal den Stand von aktuell heute anschauen. Ihr seht, ich bin immer noch, ich stehe immer noch am gleichen Zweig hier mit diesen 0,3696 Bitcoin und ich will mit euch zusammen jetzt hier 110 Kisten öffnen, damit ihr hier seht wirklich, dass es komplette Zeitverschwendung ist. Wir gehen jetzt hier hin, öffnen diese Kisten relativ schnell und somit könnt ihr dann auch sehen, dass da wirklich die Zeit völlig verplempert ist. So und wir gehen jetzt hier rein und nehmen den Code 123. So und dann könnt ihr schon sehen und fängt es an zu laufen. 93 Satoshis war jetzt der erste Betrag. 118 Satoshis ist der zweite. Okay. Maast Getting mad, das kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020